I miss you Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem, ich glaube, meinem ersten Real-Life Vlog, ich weiß nicht, I don't know how to pronounce it, but yeah, and today, I speak more in English today than German, aber jetzt versuche ich noch Deutsch zu sprechen, auch wenn ich irgendwie gerade voll durcheinander bin, aber okay, auf jeden Fall gehe ich heute mit meinen zwei Freundinnen in circa einer halben Stunde, in einem Mall und dort gehen wir ins Kino und dann vielleicht noch was essen davor oder so. Ihr werdet sehen, was wir machen und ich nehme euch ein bisschen mit, so wie mein Tag heute so abläuft, denn es ist halt nicht wie so ein normaler Tag, aber, ähm, ja, einfach so, heute passiert mal was, deswegen nehme ich euch mit und ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt und wenn ich mehr solche Vlogs machen soll, so Real-Life Vlogs, keine Ahnung, wie man sowas nennt, einfach so, ja, Vlogs, wo ich einfach euch so durch meinen Alltag mitnehme. Und, ja, dann würde ich sagen, ähm, warte ich jetzt noch ein bisschen, bis ich entweder ein Taxi bestelle oder vielleicht mein Gastvater mich oder irgendjemand mich zum, äh, zur Drain Station fährt und dort warte ich dann auf meine Freunde und dann sehen wir uns dort. Drain in a deck chair, feeling the sunshine, sipping margaritas all day, having a good life, got you by my side, summer should never end, sharing the same bed, spending these nights, having sex whenever we like, Drain in a deck chair, feeling the sunshine, let's make these wishes, got a good life, got a damn 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 good life with you. Dieser Moment, wenn du längst schon irgendwo sein solltest, aber deine Gastgespester immer noch meinen ist es um dich schon mal da. Immer ganz schön! Hi Ateera! Hi! Huh! We found something like... We learned on a... What do I want to look at the Western what they have? Okay! What do I want to look at, German? Was I want to look at, Jewish? So, my friend is eating somewhere else and I eat western food because I cannot see anymore fish food. So, yeah, I'll show you what to eat. So, that is what we eat and my other friend is going to. She's looking for it, so, yeah. Ice cubes! I love ice cubes. I'm not at all at a video. Now, we just see the plate. Yeah. Give me this. Sam? Sure. Oh my god, it's like... I don't know yet. I don't know yet. Can you? Yeah, I can do this. Yeah, so, we go searching for me a mouse for my computer. Yeah. So, yeah, we are in the mall right now. That's like the mall. That is a really expensive mall. Oh my god, we have that too in Germany. Schwarzkopf. 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 Okay, say it in your camera. Schwarzkopf. That's so cool. So cool. Look at this, look at this. Oh, it's too hard. I know. It's so good, I know. It's so bad. We need to sleep on that night. We need to sleep on that night. We need to sleep on that night. Here, you need to sleep on that day. I'm like, no, no, no. You're a gift on that night. Got a damn good life, 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 got a damn good life with you, yeah, got a good life. So, whoa, we are going now to the cinema, yeah, excited. I love the cinema here. Without them it's so cold, right? Okay for you, not so cold than for me. I don't know, like every relations are feeling not cold in the cinema, you know? And I'm totally freezing, I have like another thing, a shirt that I wear like over it. But normally I'm totally freezing. And the third escalator. We love escalator, right? So much escalators. Escalator? Escalator? Oh my god. Disgusting. I'm disgusting, you know? It's so cool. Exciting? Cinema! Are you excited? Are you excited? What? Now we go to the cinema and we all excited. Malaysian cinema is so big. Okay, how do you find the movie? So cool, so great, so bad. Yeah, so sad. And we're eating again. Like Malaysian doing, like subway. Yeah. 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 Yeah, I love subway. Okay. In Germany sometimes it's too much, but here I like it. Yeah. Always good Malaysia. She's searching the washing pants. Oh my god, I said she's searching the washing pants. No, I mean like the hand, no the hand wash where you can wash your hands. Yeah. Something like that. Well, it was a nice day and it's still not finished. Good night in England. It's funny. You look nice. Yeah. I look funny. Carver Cafe Berlin. Yeah. Haha. I got a good life. Ooh, got a good life. Got a good life. Got a good life, good life with you. Got a good life. 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 Das ist Bubble Tea, Leute. Das, was man in Deutschland nicht mehr kriegt, aber in Malaysia. Das ist deswegen, dass ich nicht mehr aus Malaysia weg möchte. Aus dem Grund, weil man Bubble Tea bekommt. Und es sieht so schön hier. Und wir machen die Zeit. Ja, das ist gut zu sehen. Ich mag es, sehr. Und ich werde es so viel missen. Da, die Selfie. Die Selfie, die Selfie. Jetzt zurück. Und wieder bei Bus. Weil Bus ist die cheapest. Cheaper als LRT. Ja, ich meine 1 Ringgit. Das ist nichts. Ich denke, es ist 2 Ringgit. Ja, aber 1 oder 2 Ringgit. Aber ich sage, wo ich möchte. Und ich sage, wie ich es? Und ich sage 1 Ringgit. Und ich sage, so what? Aber vielleicht ist die Rückgit. Okay. Ich meine, 2 Ringgit ist nicht sehr günstig. Ja, ja. Wie heißt das in Englisch? Ich weiß nur die deutsche Sprache. Springbrunnen. Es ist wie... Water, Water... Waterfall. Nicht Waterfall. Nein, das Wasser kommt von unten zu unten. Water, Pipe, oder was auch. Aber ich weiß nicht. Aber wir müssen auf der anderen Seite sein. Ja. Wir müssen da sein. Wir müssen da hinunter. Wir müssen da hinunter. Wir müssen da hinunter. Dann gehen wir da hinunter. Dann gehen wir da hinunter. Rät. 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 Oh, die Polizei. Die Polizei. Ich bin die Polizei. Ich bin die Schade. Ich bin die Schade. Ich bin die Schade. Leute, das Video wird zensiert, wenn ich das hochlade. Und AFS... Nein. Mein Gott. Und... Ich meine... Das Video wird zensiert, wenn... Die Polizei von Malaysia dieses Video auf YouTube findet. Ich bin die Schade. Ich bin die Schade. Ja. Hi guys, da bin ich wieder und wir sind gerade auf dem Nachhauseweg. Wie ihr seht, sitzen wir gerade im Bus und alle schlagen mich an, weil ich mit meiner Kamera rede. Aber ja, war ein sehr schöner Tag. Ich melde mich dann nochmal, wenn ich zu Hause bin. Okay, da bin ich wieder und ich bin jetzt zu Hause. Und es war ein wunderschöner Tag und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und lasst mir doch mal ein paar Kommentare da, ob ihr solche Vlogs mögt. Und lasst mir auch Daumen nach oben da und sagt mir einfach damit, ob ihr noch mehr Vlogs wollt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir immer in die Kommentare oder stellt sie mir bei Snapchat. Und ja, folgt mir auf Snapchat und Instagram und Twitter. Meine Social Videos verlinke ich unten in der Infobox. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und damit verabschiede ich mich. Und ja, macht's gut. Ciao! Ciao!